Hey Leute, heute habe ich das Thema Feier- und Jahrestage innerhalb der Kontaktsperre für euch. Das ist eine ständig wiederkehrende Frage, die ich bekomme, und zwar ob ihr an Feiertagen oder speziellen Anlässen Glückwünsche schicken oder bestimmte Gesten abziehen sollt. Und euch sollte eigentlich direkt klar sein, nein sollt ihr nicht. Warum? Weil ihr in der Kontaktsperre seid und sie eure Aufmerksamkeit mit der Aktion, sich von euch getrennt zu haben, nicht mehr verdient hat. Klar sind Feiertage ein besonderer Anlass und wenn ihr die schon mal oder mehrere Male miteinander verbracht habt, dann wird sie sich an diesen Tagen an euch erinnern und dass sie eben ohne euch feiern muss. Das hinterlässt ein Loch und sie merkt erst recht, dass ihr nicht da seid. Das ist was Gutes und ihr würdet es damit kaputt machen, indem ihr doch irgendwie anwesend seid. Lasst sie von sich aus kommen. Kommt nichts, ist sie noch nicht bereit, mit euch zu reden. Kommt doch was, spiegelt ihr verhalten wieder. Kein Ausrasten, wie sehr es euch freut, dass ihr nur darauf gewartet habt, einfach ein Danke dir auch. Und dann könnt ihr einschätzen, wie sie darauf reagiert. Kommt nichts mehr oder kommen Fragen nach euch und eurem momentanen Leben? Das ist okay, das ist auch innerhalb der Kontaktsperre jederzeit in Ordnung, solche Fragen zu beantworten. Ihr solltet euren Echsen antworten, aber eben nicht zu viel und ihr meldet euch nicht von euch aus. Das ist eine Grundregel. Versetzt euch auch mal in ihre Lage. Solche Gelegenheiten sind je nach Situation für sie einfach nur ein Abarbeiten von vielen Nachrichten an alle, die sie kennen oder bei denen sie denken verpflichtet zu sein, ihnen zu schreiben. Wenn ihr eine Bewertungsskala von 1 bis 10 benutzen würdet, um ihr Interesse einzuschätzen, zieht immer 2 bis 3 von dem ab, was ihr denkt, wie sie euch gegenüber drauf sind. Eure Reaktion ist beeinflusst von dem Wunsch, dass sie euch schreibt. Und wenn ihr so handelt, wie ihr euch fühlt, versaut ihr es möglicherweise. Bietet keinerlei Angriffsfläche, seid einfach höflich und erwachsen. Aber niemals werdet ihr von euch aus was schreiben. Ausnahmen gibt es nur, wenn ihr gemeinsame Kinder habt und da ist eure Beziehung bzw. ehemalige Beziehung auch außen vor. Da müsst ihr ohnehin die beiden Leben immer voneinander trennen. Einmal in den Mann in euch, der sie als Frau will und einmal als der Vater der Kinder. Und nur um letzteres geht es an den Feiertagen. Nur um einen Vater, der sich um der Kinderwillen erwachsen verhält und den Hausfrieden aufrecht erhält. Also so viel zu Feiertagen wie Weihnachten, Ostern oder sonst was. Geburtstage sind nochmal eine andere Sache, die sind ja doch relativ einseitig. Also Grundregel, habt ihr als erstes Geburtstag nach der Trennung und sie hat euch gratuliert, gratuliert ihr ihr auch. Kurz und einfach, als würdet ihr einem Freund gratulieren, den ihr seit mindestens einem Jahr nicht mehr gesehen habt. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, genieß deinen Tag. Punkt. Hat sie aber zuerst Geburtstag und sich vorher noch nicht bei euch gemeldet in der Kontaktsperre, ja dann sorry, aber ihre letzte Aktion war euch links liegen zu lassen. Dann macht ihr das auch. Alles andere wäre irgendwo ein, hey, mir geht's gut damit, dass du mich fallen gelassen hast. Hast du auch einen schönen Tag? Feier schön. Einen Scheiß werdet ihr tun, das hat sie nicht verdient. Und wenn sie dann danach kommt und sich beschwert, dann sagt ihr einfach, sie weiß, was kommen muss, dass diese Art von Aufmerksamkeit von euch wieder erwartet werden darf. Solange sie das nicht will, ist es aber auch unwahrscheinlich, dass Beschwerden von ihrer Seite aus kommen. So Feiertage, Geburtstage, Jahrestage hätten wir noch. Gleiches Prinzip wie bei Feiertagen, nur dass es viel individueller ist und sie sich nur an euch erinnern werden an dem Tag. Auch hier seid ihr ruhig, es gibt offiziell keine gemeinsamen Jahrestage mehr. Ihr verleugnet damit die Realität, da könnt ihr gleich zu ihr hingehen und sie wieder Schatz nennen. Das Ganze heißt aber nicht, dass die Tage bedeutungslos für sie werden. Da kommen Erinnerungen hoch und vielleicht kann sie die unterdrücken. Aber einfach macht ihr ihnen solche Tage nur, indem ihr sie mit euren Aktionen wütend auf euch macht. Wut kann gerade kurzfristig jedes andere Gefühl übertönen und damit nutzt ihr eine Chance nicht, dass sie gute Gefühle wieder mit euch durchleben kann. Hätte nicht gedacht, dass es wieder so kurz wird. Und wenn ich es fertig habe, fallen mir bestimmt noch ein paar Dinge ein. Aber jetzt gerade grundsätzlich habt ihr euch nur ganz normal an eure Kontaktsperre zu halten, egal was für ein Tag es ist. Ihr wollt diese besonderen Tage nicht mit negativen in ihrer Gefühlswelt zurücklassen, sondern sie von sich aus zu euch kommen lassen. Aber erwartet es nicht. Es ist wahrscheinlicher, dass sie sich im Griff haben. Wenn überhaupt, wenn sie sich irgendwann melden, denken sie vermutlich an so einem Tag erstmal ernsthaft drüber nach und merken das so richtig. Vielleicht aber auch nicht. Aber zumindest habt ihr dann eure Kontaktsperre nicht gebrochen und könnt weiter aktiv an euch arbeiten, ohne euch runterzuziehen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.